Wie machst du das? Komm mal. Wie machst du das? Also da ist ja schon so ein kuckabundes Eindruck, aber komm mal hier, komm mal näher. Da, weißt du, da wo ich herkomme, ist normal, weißt du, dass man, wenn man so abends so zusammensitzt, da ist dann eine Frau und dann hat die einen Mann oder der Mann hat die Frau und jetzt, 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 jetzt. Wie machst du das mit sechs Frauen? Komm mal. Wie, 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 was? Ah, ne. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt redet er sich raus. Wie? Komm mal. Komm mal, das ist ja. Und, und ihr? Ja, normalerweise hab ich ja ein bisschen dass Frau und ich. Was? Ach, ich erzähle, hab ich normalerweise, weil ich hab, ich hab, ich hab, ich hab' die kleine Naher mitgenommen. Aber die Reden sind die E-Lage. Ja, genau, richtig. Und hier kommt man mit klar. Ja. Kein Streit, also Streit will die nicht haben. Ich sage hier, guck, du hast doch auch was zu sagen. Sechs Frauen, ein Mann. Ich bin doch glücklich. Ja, das hört sich gut. Ja. Ja. Nur, ich finde nicht, dass das aus dem Ruder läuft. Neine Sorge. So, jetzt habe ich so viel geredet. Susanne. Wann war denn wirklich Tricks zu retten? Also dafür bin ich ja da. Was war denn wohl? Oder musst du ihn fragen? Ja. Also will ich dir eine große Hand in Schorle? Du musst viel trinken. Also du hast richtig Schirr. Also mit einer Hand in Schorle reicht erst mal. Du hast gar nichts. Sag mal, ich muss jetzt mal gleich bleiben. Das sind ja Herren Osmo von Kalkonten hier. Und die haben auch kein Heiliger gekriegt. Ich muss unbedingt mal ein Heiliger bringen. Wo arbeitet ihr eigentlich? Ja. 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 Da kommt so ein Straviner hier, anstatt sofort sieben mitzubringen und liebe Acht, hast du uns den Mund wesentlich und du hast die Nöte bekommen. Und das ist ja mal? Du hast die Nöte bekommen, das ist richtig klar. Sechs? Oh, ich bin toll. Das muss ich mal ein Plan, weil ich hole. Also hole ich sechste, sechste, wenn ich vorhin bin. Ich will nicht hören, dass ich mich auch noch fahren muss. Nein, das ist keine deutsche, es ist türkisch. Und du darfst gerne Alkohol trinken? Nein. Sie kann doch mal hier. Sie kann doch mal da. Ja! Ja! Nein! 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 Ja! Gut, gut, alles klar, alles klar. Kommt noch, Achtze! Ja! 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 Na klar! Ich trink dir einen mit! Also ich trinke einen mit! Mit Björn ja sonst nicht! Na so und Verbrot! Ja, ja, genau! Jetzt kommt das bitte her! Dann hol ich doch noch einen, dann trinke ich einen mit! Ja, wir mit so vielen Frauen auf einmal, dann müssen wir es mal ausnutzen! Sie nicht! Eins! Hänge hoch! Vier! Vier! Fünf! Sechs! Tja, Tja! Hände hoch! Vielen Dank.